Herzlich willkommen im Finanzpunkt. Mein Name ist Mareike Stroh und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man eine Überweisung in unseren Selbstbedienungsterminals der Taunelsparkasse einscannen kann. Überweisung leserlich und möglichst in Druckbuchstaben ausfüllen, Karte einführen, Überweisung auswählen, Überweisungsträger einlegen und wieder entnehmen. Jetzt Daten prüfen. Wenn die Eingaben nicht stimmen, haben Sie nun die Möglichkeit, diese zu korrigieren. Bei OK bitte bestätigen. Jetzt noch einmal bestätigen. PIN eingeben. Bei Bedarf die Quittung anfordern. Karte ausgeben auswählen. Mit unseren Finanzpunkten möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, einfach und vor Ort weiterhin Ihre Bankgeschäfte erledigen zu können. An zwei Tagen in der Woche stehen wir Ihnen gerne auch für Fragen zu verfügen.